So, lasst mal gucken. Und wir haben jetzt noch hier, äh, moderner Pickup. Den Lieferwagen könnten wir eigentlich noch durchsuchen. Hältst du mir die Zombies vom Hals? Ja? Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür. Pillen. So, und dann hätten wir das abgeschlossen. Moderne Limousine, Kleinwagen mit Schrägheck. Ich würde gerne den Pickup noch haben. Warte mal, wir laufen mal dahinter. Oh. Ich würde gerne mit dem rum gucken. Hältst mir lieber. Wo ich nur noch den Rucksack, äh, den, doch, den Rucksack holen aus der Karre. So, werden wir den mal kurz hier parken. Wir werden noch den Rucksack holen. Zack. Okay. Okay. Rutsch doch mal. Mann. So, ich, ich muss da. Ah, durch. Ah, ich habe eine neue Karre bekommen. Äh. Der steht da jetzt aber mystisch. Ich glaube, durch die Werkstatt kann das sein, dass wir den Wagen bekommen haben. Äh, wo ist denn mein Typ jetzt? Kommst du? Ab und zu, ab und zu sind die NPCs hier echt doof, ne? Also, meine Mitstreiter hier. Moment. Habe ich den jetzt? Habe ich den jetzt? Doch, den habe ich da reingelegt. Gott. Der macht mich schon ganz verwirrt hier. Was war denn das jetzt für ein Lag? Ach so, Speicherlag. Okay, dann würde ich das jetzt fast so machen. Wir haben ja hier die nächste Ausfahrt, ne? Oder haben wir schon wieder ein aktuelles Ziel? Zombie heute abfangen? Nö, die möchte ich im Moment nicht abfangen. Dann würde ich doch fast sagen, High-End, äh, Lieferwagen, nichts mehr da. Wir werden einmal hier die erste Ausfahrt nehmen. Und werden mal ein bisschen plündern gehen. Wir werden mal ein bisschen plündern gehen. Wir haben unsere erste Kaller. Kaller, du bist auf dem Luft. Tell uns deine Situation. Meine Familie und ich sind in einem Geburt. Wir haben es nur ein paar Blöcke gemacht, bevor sie uns in. Bitte. Anyone. Ich kann nicht sehen, dass meine Familie sterben. Das ist, was die Armee hinterlassen, als sie weggerissen. So, und kriege ich jetzt die Mission, oder nicht? Es war so klar, dass die mich immer beißen wollen. Ich bin nicht euer Frühstück. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Die Zombie heute möchte ich nicht abfangen. Gestrandeter Flüchtling. Okay, den holen wir gleich mal. So, suchen. Ich höre hier schon wieder Zombies. Oh, ein großer Rucksack. Wollte gerade sagen, dann macht den Zombie tot. So, ist hier sonst noch was im Moment? Nö. Dann würde ich doch fast sagen, wir... Ich werde den großen Rucksack mal nehmen. So, zack. Also, ich muss den quasi... Okay, ich habe schon verstanden, ne? Dann nehmen wir ihn eben mit in die Base. So, ich möchte aber trotzdem diese Lagerhalle noch fertig machen, bevor ich hier quasi, ähm, die... Äh... Die Typen hier rette. Ja, Gott sei Dank. Aber wir durchsuchen. Wird aber eh nicht alles mitnehmen können, wahrscheinlich. Nichts gefunden. Okay, vielleicht kann ich hier doch einiges mitnehmen. So, und da ist noch eine Kiste zum Durchsuchen. Schaufel. Bleirohr. Oh, nee, komm, lass mal. Jetzt mal schön den Rucksack zum Auto bringen. Oh, schnell, 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 schnell. Wenn wir das Ding gleich noch aufbrechen. Beziehungsweise durchsuchen. Und ich werde eh nicht alles mitnehmen können. Schon wieder mal. So, wie sieht denn das dann auf der Karte aus? Äh, ach ja. Da stehen ja noch die, die, die Ressourcen drinnen. So. Einmal hier hinten ran. Fahrzeuglager. Rucksack reinpacken. Und dann werden wir hier mal ein paar Leute befreien. Ich finde es ja eh immer noch gut, ne? Dass der Pickup so wenig Platz hat. So, wie fahren wir denn jetzt am besten? Okay. Also. Den Weg hier wieder. So. Einmal hier hoch. Nein, nicht, nicht gegen das Auto fahren. Und so langsam dürfte es echt mal wieder Tag werden, ne? Also die Nacht, die, die nervt mich schon so ein bisschen. Wir fahren, machen einen Sonntagsausflug. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass mir das Game doch so viel Spaß macht. Auch wenn ich das letzte Mal etwas genervt war. Also wo wir quasi gestorben sind. Das tut mir auch leid, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich muss, wenn ich zu der Stelle komme, muss ich die auf alle Fälle ein bisschen anders angehen. Diese blinden Passagiere. Das ist furchtbar. So, ich glaube, ich muss hier runter. Und da unten wartet schon wieder eine Zombiehorde auf mich. So, umdrehen. Ist da noch einer? Irgendwo sehe ich da. Dann ein Zombie. Alles, was ich so nicht töten muss, ist gut. Über den Molina drüber fahren. Okay, das hat schon gereicht. Das ist ein Kreisch schon, oder? Na, komm raus, komm raus, komm raus. Einmal gegen die Hauswand. So, jetzt gehen wir da auch rein. Allerdings. Genau, pack dich doch hier durch. So. So. Wo? Da drin sehe ich auf alle Fälle noch welche. Wusste ich's doch. Oh, meine Latrine ist fertig. So, ähm. Warte mal, wir sind jetzt hier oben. Ach so. Oh, gestrandeter Flüchtling. Habe ich hier nicht noch was gesehen? Ach hier. Flüchtling mit Vorräten. Hier hätte ich gar nicht rein gemusst. Aber ist schon mal gut, hier den Infektionsherd zu beseitigen. Meine, meine Karre vorne ist vielleicht voller Blut. So, gucken wir mal kurz. Ähm. Ach ja, der war ja da hinten in der Lagerhalle. Genau. Ach du Scheiße. Ich soll da draußen die Zombies vielleicht auch noch killen. Ups. Da kommen wir noch mehr. Ha. Der Zumm ist wieder durch die Scheibe geflogen. Sie sind alle sterben. Okay, können wir den anderen... Den können wir nicht gleich mitnehmen. Okay. Dann werden wir die jetzt erstmal zurück in die Base bringen. Zombie. Okay. Die Karre macht es auch nicht mehr lang. Steigt doch bitte ein. Aber was hätten wir denn hier? Hier muss ich auf alle Fälle nochmal hin. Ups. Oh, komme ich da überhaupt durch? Nicht wirklich. So, einmal hier. Zack. Und wenn ich mich erinnere, war das nicht der andere Flüchtling, der hier unten im Keller war. Äh, im Keller in einem Tunnel war. So, jetzt ist es jetzt wieder mal hin. So, da war ich mich gerade. Jetzt der andere Flüchtling, wenn ich mich hier verstehe.